hallo und herzlich willkommen ich bin ipanx und ich begrüße euch recht herzlich zu meinem live commentary von call of duty at once warfare ja und es geht mal wieder weiter in modus herrschaft auf der map defender wie ihr im hintergrund wahrscheinlich schon seht ich hier gar keine worte mehr raus da fehlte mir ganz die luft ja wie immer alles im bodenangriff bescheuert ihr könnt doch nicht ohne mich anfahren ach maaaann arschmarde boah ey bist du besenkt oder so da war einer da war auch einer der feind nimmt c ein unsere drohne ist online der feind hat c markiere koordinaten für vorrät auch kriege ich eine verkackte drohne nein feindliche bombardierung im anflug das war derselbe motherfucker wie gerade ja hier drinnen gehe ich hoffs ja kann man nicht mal ein bisschen hinten schützen alter finne ey das ist doch nicht mehr normal verbündete angriffs drohne im einsatz charlie gesichert verbündete drohne über uns feindliche drohne online feindliche vorräte kommt der feind nimmt charlie ein fachmann genug lagen da verdammte scheiße nochmal komm näher komm näher ja 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 Wir haben B verloren. Feindliche Bombardierung über uns. Der Feind hat B. Der Feind hat C. Oh fuck man. Unsere Drohne ist online. Feindliche Drohne über uns. Charlie wird gesichert. Krieg hier ganz schön aufs Maul ey. B wird gesichert. Drohne bereit. B wird gesichert. Mortal Vorräte in Bereitschaft. Wir verlieren diesen Kampf. Unsere Drohne ist online. Feindliche Bombardierung über uns. Der Feind hat Bravo. Nein ey. Ich wusste irgendwo ist da. Ah scheiße. Habe ich was Gutes. Na dann hebe ich mir auf für nächste Runde. C wird gesichert. Ach ey. Immer liegen da welche ey. Pisser. Ach Mist ey. Den hätte ich auch noch gekriegt da hinten. Boah. Boah. Aber ich komme ganz gut mittlerweile mit der Pumpe klar. Geht wohl klar. Also die Bulldog finde ich sowieso eine eigentlich relativ astreine Waffe. Also finde ich ist die Pumpe die am besten zu spielen ist. Meiner Meinung nach. Da gibt es wahrscheinlich ganz große Spezialisten die eine ganz andere Meinung haben. Erubert und verteidigt die Flanken. A wird gesichert. A wird gesichert. Angriffsdrohne in Formitalvorräte in Bereitschaft. Der Feind hat schon. Unsere Drohne ist online. Feindliche Drohne über uns. Verbündeter Raketenschlag nähert sich. Unsere Drohne ist online. B wird gesichert. Markiere Koordinaten für Vorräte. Bravo gesichert. Feind von EMP getroffen. Ausrüstung der Aktion ausgefeiert. Der Schutz ist bereit. So. Hier war einer. Der Feind nimmt B ein. Verbündete Bombardierung räumt den Weg frei. Der Feind nimmt Bravo ein. Verbündete Drohne über uns. Drohnenaufklärer in Bereitschaft. Feindliche Drohne online. Verbündete Angriffsdrohne kommt. Wir verlieren Alpha. Wir haben Alpha verloren. Wir haben A verloren. Feindliche Auferierungen online. Feindliche Drohne ist online. Ich wollte gerade diese fucking Drohne da aktivieren. Wow. Sie haben das Geschütz zerstört. Wir verlieren Bravo. Ah fuck man. Ich hab ihn nur gehittet, Mark. Brust nachladen. Brauche Deckung. Verbündete Angriffsdrohne im Einsatz. Korni gesichert. Unsere Drohne ist online. Die Drohne warfet. Verbündete Drohne über uns. Feind von mir in die Krieg getroffen. Ausrüstung und Extortion rausgefallen. Na fuck, man. Boah, da wollten sie mir jetzt richtig geben, aber das ging voll in die Hose. Fuck, ey. Jürgen, wo kommt jetzt jemand? Nein! Ey, wie schnell ist der am Abzug? Wir haben sie verloren. Ah, gesichert. Verbündete Drohne über uns. Wir verlieren Bravo. Wir haben Bravo verloren. Sie gesichert. Nein! Es ist immer wieder dieser selbe verkackte... Ah! Wir haben die Führung übernommen. Unsere Drohne ist online. Bravo wird gesichert. Der Feind nimmt Charlie ein. B gesichert. Verbündete Drohne über uns. Kurzer Prozess, Leute. Wir haben C verloren. Wir verlieren B. Der Feind hat Charlie. Der Feind nimmt Alphine. Wir haben Bravo verloren. Wir haben Drohne über uns. Wir haben A verloren. Fahnen gesichert. Der Feind hat A. B gesichert. Doch Angriff Drohne bereit. Feindliche Drohne über uns. Verbündete Drohne über uns. Feind von EMP getroffen. Ausrüstung und Exo-Aktion ausgefallen. Verbündete Angriff Drohne kommt. Verbündete Bombardierung im Anflug. Vorräte unterwegs. Der Feind bringt Bravo ein. Verbündete Bombardierung im Anflug. Laser Luftverteidigungssystem bereit. Verbündete Angriff Drohne im Alter. Das eigene Team kontrolliert das Laser Luftverteidigungssystem. So. Ich hoffe jetzt geht mal ein bisschen was. Ach. Da ist es vorbei. Ich pack es nicht. Mann. 1713. Aber war ganz okay glaube ich. Das Laser Shit Geschütz da. Das hätte mir echt noch den Arsch retten können. Das hätte eine richtig verdammt gute Runde noch werden können. Mann. Aber. Kann man nichts machen. Das nervt mich jetzt. Nein. Ihr wisst Bescheid. Wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und vergesst die Comments nicht. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.